Und diese ist die Olympiade. Das ist die Olympiade. Olympiade, ein tweede Asstaube von Belgien, auch die Schnellheit. Also zweite Asstaube Schnellheit und war als zweite Olympiade-Taube in Libyen in Frankreich in 2003. Und 2002 die zweite Asstaube von Belgien. Ja. Und den hast du auch angekauft? Die habe ich auch angekauft. Also Leo, ich stelle fest, wenn du was kaufst, dann muss das schon eine der ersten drei Asstauben sein von Belgien, sonst kaufst du die gar nicht, glaube ich. Ja, da weiß ich einfach nicht, aber ich... Wenn es möglich ist. Ja, ich habe gute Daube. Wenn es möglich ist, dann kaufst du nur die ganz, ganz gute. Ja, als möglich ist das. Ich habe den Olympiade selber gesehen in Libyen, da war der Sprint die erste Asst, die erste Olympiade-Taube und dieser war die zweite Olympiade-Taube von Belgien. Und da war der Sprint die erste Asst, die erste Asst, die erste Auslandung und der Urlaub hat. Ja, das war die erste Asst, die erste Asst. Ja, da war der Sprint die erste Asst. Und da war der Sprint die erste Asst. Untertitelung des ZDF, 2020